Stellung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Call of Duty dann einen relativ guten Einstieg in die Esports-Szene machen könnte, halt wenn du halt dann... Stellung. Du meinst, so wie jedes Call of Duty? Die werden doch ultra krass gesponsert. Okay. Ich dachte hier, dieser neue Objective-Mode, der ist eigentlich ein bisschen besser, als will durch die Kante ballern, finde ich. Ja, würde ich sogar schätzen, wenn ich eins über die Esports-Szene einhälte. Position der Stellung bestätigt. Wie seht ihr die Bewohnungen? Der Feist hält die Stellung. Oh, das steht schon dreimal auf dem Spot. Oh, fuck. Die Stellung ist in den unteren Händen. Der Feist hat ihre Verluste durchbreitet. Die Waffe scheint mal mega... Also die Nachladegeschwindigkeit verkneubert ist mal mega geil. Letzt eine Sekunde nach oder so. Ja, was... Ja, was... Der Feist hält die Stellung! Die gesprungen. Bewegt sie durch die Verlungen! Die Stellung ist überran, braucht Verstärkung! Neugruppiert! Mega präzise die Waffe. Neue Lieblingswaffe gefunden. Ey, warum... Warum sind die auf einmal vier Gegner? Leo, hilf mir doch! Komm ins Haus. Alter, die Waffe... Die Stellung wird überran, braucht Verstärkung! What? Da sitzt er in der Ecke! Keiner kickt's mit! Der Scheiß! Welche Waffe ist denn so kacke? Die... Die Stellung ist in den unteren Händen! Ja, die ist mega kacke! Die ist wirklich mega kacke! Die hat keine Feuerrate! Okay! Aufklärung in der Luft! Nein! Und wieder nur durch hartes Cap! Ach! Position der Stellung bestätigt! Hartes Campen ist immer super! Die Bombe wird abgeworfen! Wenn ich schon höre, Bombe wird abgeworfen, wäre mir ganz schlecht, ne? Das war okay! Die Stellung ist in meines Hand! Feuer aus allen Schroren! Krieg schon erfasst! Boah! Leg... Leggo mio! Da liegt der da in der Bahn drin, ne? 10er Abschlussserie? Du Nerd! Ich mach immer nur Hütz, ne? Aber keine Kills! Wer da! Ich wurde schon wieder durch die Bahn gerapet! Das ist doch nicht zu fassen! Kann man denn durch das Metall durchpullern? Das gibt's doch gar nicht! Scheiße! Ich bin grad nach der Ill-Versiere! Ne, das war mehr als Ill-Versiere! Ne, das war mehr als Ill-Versiere! Das war 14er-Versiere! Ohne zu sterben? Ohne zu sterben, ja! Dann kannst du jetzt ordentlich Bomben auf den Punkt abwerfen und so, ne? Mach mal! Ne, hab ich schon gemacht! Kannst du mir eigentlich einsetzen, leider! Hat den mir gerade wieder mit dem Raketenwerfer vor die Brust geschossen, der Typ! Ich schätze, ja! Ja! Ne, war ja... Das war ne... Feststellung! Ja! Der hässliche Gumpen, Alter! Das ist da nichts zu fassen! Okay! Das war wieder ne 3er-Serie! Welcher? Wann verspielst denn du? Ich komm hier nicht auf... Ich komm mir nicht klar, ne? Ich werd hier so oft weggefragt! Ja, da stehen vier Mann auf dem Spot! Wahnsinn! Alle schießen auf mich, hab ich das Gefühl! Das ist doch mal kacke, dass die Punkteserie zurückgesetzt wird! Ich hab jetzt meine Aufklärungsmaschine geschickt und die wird bestimmt gleich abgeschossen! Ja, also das war jetzt wieder mega geil! Kommt ne Granate in die Treppe runtergekugelt! Aufklärungsflug abgeschlossen! Der Feind hält die Stellung! Der Feind hält die Stellung! Da, fack! Da, da! Der Feind hält die Stellung! Da waren irgendwie welche im Haus, ja, aber ich wollt erst mal diesen... Spot! Leer Laster! Die Stellung ist in Feindeshand! Aufklärung in der Luft! Okay, das war mega lucky gerade! Verloren! Die Stellung wird über rechts auf Verstärkung! Wir haben die Feuerhöhre... Da sitzt da noch einer! Die sitzen bei jedem Auto an der Scheißposition, ne? Die Hau, die Hau, die Hau, die Hau! Die Hau, die Hau, die Hau, die Hau! Die Hau, die Hau, die Hau! Die Hau, die Hau, die Hau! Die Hau, die Hau, die Hau, die Hau! Okay, klar! Dann darf ich ja in der anderen Ecke immer noch... Ey, das ist nicht zu fassen, hier soll mal Counter-Stock spielen gehen! Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft, Position der Stellung bestätigt! Ausrückstellungen, ja? Oh, ich stehe schon drinnen, besser! ich wollte ihn töten aber ich war nicht schnell genug der feiter leidet schwere verluste durchbrechern ich habe schon wieder die panzerfaust die fressur gekippt die stellung wird überrannt brauchen verstärkung was kann er gar nicht sein du schießt das irgendeine ecke war ja ich habe mir stehen immer vier vier oder vier oder fünf leute stehen vor mir machen will ich ja um eine ecke gelaufen kommen nicht mal den hauch einer chance die stellung ist in unseren händen die stellung ist in feindeshand vierer kill gemacht die bombensmission bereit die stellung ist in feindeshand wir beherrschen sie weiter die filerie ist bereit basiert auf vorordinaten alter das war gerade mega krass da bin ich kurz eskaliert aufklärung in der luft die position der stellung bestätigt ab der stirbt nicht wits irkspumpe wird abgeworfen die schluss nicht französ so ich decke hier einen aufklärungsflug abgeschlossen Feuer aus allen Rohren. Gleich nicht mehr. Die Stellung ist in unserer Sicht. Aufklärungspfrieger in Bereitschaft. Wir haben den taktischen Vorteil. Weiterfeuern. Alter. Fünf Kills sind wir wieder so gemacht. Muss ja nochmal ein Highlight-Video schneiden von der Beta. Die Karabiner ist auch mächtig, ne? Also wenn du da zwei Treffer kriegst du da eben? Bist du mit meiner Handgranate schon wieder hingeflogen? Das ist doch nichts. Also ich kotz ab. Och mal. Am besten ist immer, wenn er schreit, er ist tot, Mause tot. Aufklärung in der Luft. Die Stellung ist in Feindeshand. Rett ist Bombensition, ist gestartet. Die Stellung wird überrannt. Raus Verstärkung. Kade da. Stellung eingelogt. Verteiligt nicht. Verteiligt die Stellung. Sie sitzen jedes Mal hinter diesem einen dieser verkackten oder hinter beiden Autos. Sucht nach Zielen. Bis zum Heulen. Aufklärungsflug abgeschlossen. Die Stellung wird überrannt. Auf Verstärkung und Stellung eingenommen. Verteiligt sie. Boah, das sind vier Mann. Die Stellung ist in Feindeshand. Nice. An der Straßenbahn von mir. Der Feind hält die Stellung. Ich finde, wir spielen gerade mega gut und wir verlieren. Die Stellung ist in den unteren Händen. Der Feind hält die Stellung. Ja. Die Stellung ist in Feindeshand. Die Stellung ist in Feindeshand. Stellung abgeriegelt. Aufklärungssieger bereit. Die Aufklärung ist in den unteren Händen. Boah, ey, das ist mir gar nicht klar. Alter, wie krass das hier losgeht. Fritz-X-Bombenmission ist gestartet. Die Aufklärung sucht nach Zielen. Der Feind hält die Stellung. Ich brauche ein Zeichen. Das war mega krass, was ich da da abgeliefert habe. Der Feind hält die Stellung. Aufklärungsschub abgestattet. Alter, jetzt ist aber mal langsam genug. Das kann doch nicht sein, Mann. Der Feind hält die Stellung. Ja, also. Ich wurde schon wieder durch die Wand. Ich wurde schon wieder durch die Wand geraped, ne? Neue Stellung. Ich will da keinen Fall sehen. Die Stellung ist in unseren Händen. Beim Sherman. Der Feind hält die Stellung. Und Rodney ist auch richtig am durchdrehen gerade. Braucht Nekos. Die will es Kämpfer zu töten. Fritz-X-Bombenmission ist gestartet. Wahnsinn. Angriff gescheitert. Zurück zieht zum Kommando. Ja. Oh. Ja, ja, ja. Das muss wieder sein, Alter. Oh, Daniel, ey. Das ist auch immer dich erwischt. Na ja. So, bei mir ist Spier anscheinend abgekackt. Echt? Naja. Alter, 50 Kills. 50 Kills in der Runde geholt. Wird verkackt. Habe ich da gerade den Punkt gekriegt, dumm? Keine Ahnung. Das Ding ist, du musst ja immer wieder die Waffen neu freispielen. Oh. Ach, der wird jetzt zumindest sein. Ich habe für die Sturmgewehr nichts mehr drauf gepasst. Das heißt, ich werde anfängervisieren. Erstmal in die Mitte laufen. Position der Stellung bestätigt. Oh, was denn das für eine Knarre? Alter. Das ist ja ein Trommel-MG. Stellung abgeriegelt. Die ist ja mega krass, die Waffe. Ich dachte, du Scheiße, da kriege ich ja gar nicht. Die Stellung wird überrannt. Brauchen Verstärkung abgeriebt. Ich habe zwei geschlossen mit meiner Granate. Fallen beim Panzer! Was hast du gemacht? Ich habe zwei geschlossen mit meiner Granate. Oh, okay. Wir sind im Vorteil. Sani, ich bin nicht mehr. Alter, habe ich ein MG. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Komm mal auf, Granaten zu schmeißen. Ja, süß. Neugruppieren. Position der Stellung bestätigt. Sehr gut. Für uns. Ja, die ist auch mega geil, die Stellung. Ja, die Stellung in den Händen von Verbündeten. Ey, die hat... Die hat ein Feuer... Eine Feuerrate, die Knarre? Das ist ja nicht zu glauben. Aktivität von Laster! Es gibt ein Sperrfeuer! Unter den Boden! Er sagt es nicht! Position! Ich moin' immer die nächste Schritte. Wie viel Nades könnt ihr hier schmeißen? Also... Die Stellung ist in Feindeshand. Ja, ich steh genau wieder. Aufmerksamkeit! Ich mach Munition! Aktivität eingefürzt. Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit! Sie sind in den Boden! Die Aufklärung sucht nach Zielen! Ich bin auf Bluten! Stellung in den Händen von Verbündeten! Sichert und verteidigt die Stellung! Oh, sehr gut. Im Bunker. Das geht ab. Wie kann der mich töten? Das ist unglaublich! Hast du gesehen, was ich für eine Knarre habe? Aufklärungsflug abgeschlossen! Die Aufklärung sucht nach Zielen. Was ist denn bei dem Stein da? Das ist so geil. Ich hab noch nie 32 Schüsse rausgekämmern. Echt jetzt. Aufklärung in der Luft. Neue Stellung. Ausrücken. Oh, die ist da fair. Ausgeriegelt. Alter, das ist so. Wenn die auf 10 Meter rankommen, ne? Wenn die sich echt Pfeilchen anbrennen. In der Hütte ist einer drin, glaub ich. Neben uns. Ist das auch ein Sonderperk, dass man hier irgendwas abwerfen kann? Bestimmt, oder? Wir werfen noch ständig Leute irgendwelche Vorräte ab. Oh ja, wir sind hier die Ingenvox. Ich verteidige die Stellung. Leckwaffe ist bereit. Ich leg die Schuhe hier aus. Oh Gott. Ist das heftig. Feindliche Vorräte entdeckt. Also, jetzt hört's aber langsam auf weiter. Der springt da rum und wirft mir im Sprung einen Molotow ins Gesicht. Stellung gesichert. Nein. Das war eine nice Nate. Damit hat das gesamte Team gerappt, glaub ich. Sie stoßen über die Straße vor. Visionsartillerie bereit zu befehlen. Wartet auf Bestätigung der Feuerzone. Lenkbomber aufgebaut. Feindliche Bombe im Anflug. In Deckung. Feindliche Aufklärung. Geentdeckt. Neue Stellung. Ich will da keinen Feind sehen. Feindlicher Jäger nähert sich. Primärbatterie feuert. Zielposition bestätigt. Scheiße, jetzt sind wir nach hinten gesetzt, ne? Bestellung abgeriegelt. Ich werfe eine Granate. Ich hab gerade MP-Chirurg bekommen. Ich hab die gefährliche Kiste geklaut. Besser. Und ich hab jetzt mit einer Jägerie den Kiste geklaut. Die Visionsartillerie feuert. Zielposition bestätigt. Zielposition bestätigt. Zielposition bestätigt. Ey, die Knarre, die hämmert so rein, Alter. Das ist der Wahnsinn. Oh, wait. Alter, wir haben so krass gewonnen, guck dir mal das an. Der Tag gehört uns. Oh, die Waffe ist mega, muss ich mal sagen, Alter, das ist... Hat mir echt eine Zu-Fu-Feuer. Eine Zu-Fu-Feuer, Alter. Das ist wirklich so, oh, leer, nehme ich das jetzt, leer. Oh, was krass ist. Wollen wir die ganzen Leute immer noch ihre Standardsachen drin haben? Ja, ich denke mal, viele werden einfach nur... Viel. Ja. So... Nein, so knurzvoll, Level 23. Aufstehung. mich. Google Cloud